Ein neuer Tag, ein neuer Booster. Herzlich willkommen wieder hier bei mir zu einem weiteren Force of Will. Götterdämmerung in Neuvalhalla Booster Opening. Dämonische Kohorte ist heute unser Anfang. Aufklärungsdrohne. Mitten zwischen die Augen. Tränen der Gefallenen. Skeletthorde. Beschwörung der Einherjer. Dann die erste Ankammen. Flatt unersättlicher Vampir. Akkolyt in der Shiva. Eine super Rare. Fenris letzte Gestalt. Und die Holo heute. Eine Willkommenkarte. Riesenkröte. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.